Gebe ich mal einmal in Wendigkeit? Gebe ich mal in Wendigkeit. Vorsicht, Sie sind hier! Jawohl, alles klar. Marschbefehl. Hier, sofort. Verstärkt die Verteidigung. Bleibt standhaft. Jawohl. So, Turm ist weg. Jetzt muss noch die Krypta weg. Einsatzbereit. Bin unterwegs. Wir sind bereit. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Sind bereits in der Luft. Und hier ist auch ein Portal. Und ja, hier oben ist noch... Auf eilenden Schwingen. Gebt das Zeichen. Gebiet sichern. Alles klar. Sie schlagen zu. Jawohl. Marschbefehl. Hier. Sie schlagen zu. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Vorsicht, Sie sind hier! Augen offen halten. Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Ihr habt gerufen! Schenke uns günstigen Wind! Verstärkt die Deckung! Sie haben es auf uns abgesehen! Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. Jawohl. Alles klar. Mein Treib wurde verletzt. Hierin schütze uns! Ihr habt gerufen. Auf eilenden Schwingen. Hierin schenke uns günstigen Wind. Alles klar. Wir sind bereit. So, hier oben ist noch ein Knochen-Turm und... Auf eilenden Schwingen. Die Krypte auf jeden Fall. Und dann müssen wir nur noch das hier platt machen. Augen offen halten! Auf mein Knochen! Und los! Ja, und ich mache das gerade mehr mit meiner Armee als mit allem anderen. Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. Sind bereits in der Luft. Bereit für den Kampf. Marschbefehl. Gebiet sichern. Mir nach. Und ja, ich glaube, für dieses... Oh, hier ist auch noch so ein Opfer, Alter. Ich glaube, für diese Map haben wir jetzt die Erfahrungspunkte wirklich ausgelutscht. Verstärkt die Verteidigung! Erwarte Befehle. Ihr habt gewohnt. Sie sind hier! Auf eilenden Schwingen. Schnell! Bleibt standhaft! So, noch die Krypte. Ihr habt gerufen... Auf eilenden Schwingen. Auf eilenden Schwingen. Hierin schenke uns günstigen Wind. Sind bereits in der Luft. Mein Greif wurde verletzt. Der Greif wartet schon. Sind bereits in der Luft. Sind bereits in der Luft. Neuer Helm? Nee, leider dicht. Nebenspunkte brauchen wir auch nicht unbedingt. Feindkontakt! Wir sind bereit. So. Auf eilenden Schwingen. Vorwärts! Jetzt können wir wieder hierhin zurück und das letzte Tor freimachen. Dann haben wir eigentlich alles hier geschafft. Ge Nacht! Ihr habt alreadyát. Dann QR-5. Schwingen auf eilenden Schwingen. Das hier sieht so aus, als ob es hier auch noch ein Portal geben würde. Hier ist halt das Portal in die Uhrwerkshain und hier oben ist eine Zwergensiedlung irgendwie. Oh, die sind hier dabei, Truppen zu pumpen. Gebt das Zeichen! Gebiet sichern! Bin unterwegs! Alles klar! Erwarte euer Kommando! Marschbefehl! Der Greif wartet schon! Und los! Sind auf Weiten gestoßen! Haltet durch, Männer! Einsatzbereit! Gebiet sichern! So, jetzt können wir das hier oben als Sprungbrett schließen. Schließt die Reihen! Hierin schütze uns! Schließt die Reihen! Mein Greif wurde verletzt! Gebt das Zeichen! Bin unterwegs! Schlagt sie zurück! Oh! Zu Befehl! Feindlicher Angriff! Du bist tot! Okay, ich können wir nicht mehr retten. Einsatzgebiet sichern! Verstärkt die Verteidigung! Jawohl! Könnte ich aber neu beschwören. Auf mein Zeichen! In die Schlacht! So, damit haben wir eigentlich alles, was Gebäude betecht ist, da war. Ihr habt gerufen? Getötet. Auf eilenden Schwingen! So, Questbuch wurde aktualisiert. Sie schlagen zu! Feindkontakt! Ach komm, lass mich die Dinger anklicken. Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Der Greif wartet schon! Schenker uns günstigen Wind! Sind bereits in der Luft! Sind bereits in der Luft! Auf eilenden Schwingen! Sie sind hier! Hierin schenke uns günstigen Wind! Gebt das Zeichen! Bleibt standhaft! Na, schaffe ich es nicht, irgendwie da durchzukommen? Vorsicht! Sie sind hier! Feindkontakt! So, Tor verschlossen, Tor öffnen. Bleibt standhaft! Wir sind bereits in der Luft! Der Greif wartet schon! Sind bereits in der Luft! So, und wir wieder zurück zur Uru. Mir nach! Und los! Oh, die hat ja schon ein kleines Heerchen sich zusammengezogen. Xalabar und der Karl. Und los! Ich werde wieder zurück! Und ich werde wieder zurück! Komm! Komm! Und jede Menge Kartei Nanjikaros. Ich würde aber sagen, bevor wir mit der Uru reden, warten wir erstmal, bis unser Heer wieder in der Stadt ist. Also in unserer Base. Und dann werden wir erstmal einen Cut machen. Weil es ist mal wieder so weit. Und das mit der Uru wird sich wahrscheinlich dann wieder nur zu weit rausziehen. Und das mit der Uru. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kartei befreit. Befreit. Ja, meine Schädelmünze, yay. Das Siegel dann okayen für Craig. Monix. Eine HD-Cook-Puppe des Schatten. Bank-Siegel, von dem ich nicht weiß, was wir damit anfangen sollen. So. Unsere Armee ist jedoch jetzt wieder an Ort und Stelle. Das heißt, wir können speichern. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.